Ein erfolgreicher Wintersportler wird im Sommer geformt. Das weiß man auch in Geier. Dort nahm sich zuletzt der ehemalige Weltklasse-Skispringer, Nationaltrainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft und jetziger Sprungtrainer der deutschen Kombinierer Heinz Kutin sowie die aus Geier stammenden Weltklasse-Kombinierer Eric Frenzel und Terrence Weber viel Zeit für den Nachwuchs. Und neben viel Know-how haben sie dem rührigen SSV Geier auch etwas Praktisches mitgebracht. Für die Kinder hat uns der Heinz Kutin vom Deutschen Skiverband ein Imitationstool mitgebracht, wo die Kinder sich quasi erwärmen können als Vorbereitung für das Skisprung-Training auf der Schanze. Das ist eine sehr coole Geschichte. Natürlich wollte jeder sein Bestes geben und vor den namhaften Sportlern das eigene Talent unter Beweis stellen. Das ist eine sehr coole Geschichte. Für Heinz Kutin war die mit Begeisterung aufgenommene Trainingseinheit nicht der erste Besuch im Ort Geier. Nein, ich kannte ihn vorher schon, weil ich habe, wo ich angefangen habe, mit dem Skiverband zu arbeiten, den Eric Frenzel besucht und da war ich bei ihm zu Hause. Ich bin heute das erste Mal da auf der Schanze. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Sie haben wirklich alles da, um den Kindern alles beizubringen, die Grundschule zu machen und dann vielleicht einmal, dass sie in die Fußstapfen von Eric oder Terrence Weber jetzt mittlerweile, gibt es hier schon zwei ganz prominente Sportler da in diesem Club. Freilich ging es nach der guten Erwärmung auch auf die Schanzen. Freilich ging es nach der guten Erwärmung auch auf die Schanzen.